Manche mögen Sonnenaufgänge. Ich weiß nicht, ob gerade Tag oder Nacht ist. Manche wissen nie, was sie anziehen sollen. Ich fühle die Farbe meines T-Shirts. Manche testen ständig ihre Grenzen aus. Ich taste mich immer heran. Manche verlieren Hoffnung durch das, was sie sehen. Ich finde Hoffnung durch das, was ich höre. Dieser wichtige Dienst für blinde und sehbehinderte Menschen ist nur durch Ihre finanzielle Unterstützung möglich. Denn die Angebote der HOPE Hörbücherei sind für die Nutzer kostenfrei. Vielen Dank, dass Sie Licht in das Leben anderer Menschen bringen. HOPE Hörbücherei. Über die Ohren, mitten ins Herz. Seit über 50 Jahren.